Ja? Ja? Gucken wir mal mit dem Handy auf dem Street. Ach ey... So, jetzt müsste ich nicht... Ja, sorry, kann ich nicht ändern. Wahrscheinlich weil ich grad das Headset auch nicht auf hab. So, tippitoppi. Sehr gut. Wir haben noch viel Zeit warten. Wir haben noch so freckes Rückliebe noch bereit. Sandy, wo bist du denn? Ja, wir haben den Rest. Ich weiß. Also für noch warten und Feedbacker und dann... ...dach rücken. Jetzt muss ich erst mal den Mic testen. Das hörst du nicht? Dann klappt es doch nicht so wie ich es mir dachte. Ja. Controller. So. Schalten. Brauch aktivieren. Push to torque. Ja. Der stirbt gerade. Alter. Benutzt halt die... Vielleicht sollte ich mein Handy mal ein bisschen lange machen. Ich hab aber aus Versehen die Runde gestartet. Fuck man. Geil. Danke. Danke. Kann mich grad nirgends muten. Was? 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 Nix, nix. Achso, okay. Nein, 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 nein. Na, ich bin schon bei 90%. So viel. Katsumomo. Weißt du wie das Spiel funktioniert? Ja. Okay. Ich find's schade, dass meine Zonen hat Level entfernt wurden. Ach. Der Schrunk hat so was aus. Weil man nur eine Sache in der Hand halten kann. Das hast du vielleicht mitgekriegt in den Stunden die du spielst? Jaja. Ich bin mir gut. Und du bist. Ich bin mir gut. Ich bin mir gut. Ich bin mir gut. Ich kann die Eyestin Narbein zu erleben. Das ist mir so zu spielst. Ich kann die Zonen. Bei mir ist ein Knochen Ja, dann hängt man auf Nein, ich hab jetzt den Stromkasten Ich hab jetzt den Stromkasten Und ich hab jetzt den Stromkasten Wer von euch spielt die ganze Zeit am Stromkasten rum? Gar keiner. Ich habe den Raum gefunden. Hast du dir gemerkt wo der Kasten ist? Ich habe den Raum gefunden. Wer von euch hat denn die Kamera? Wer ist zu lieben wirst die im Raum platzieren? Am besten so dass du den ganzen Raum auch einfängst. Wo hast du deine Voodoo-Puppe versteckt? Hier schenk dir was. Ist das normal wenn ich die Kamera da hinschalte? Zu meiner Verteidigung ich bin das nicht. Es ist der Stuhl. Ich bin auf dem Weg. Ja ge- fuck. Nein. Du sollst den ganzen Raum damit am besten capturen. Auf alle. Hat einer von euch die Geisterbox wenigstens dabei? Ja? Na war es ein Schatten oder war es so ein kleiner Mannegan? Nein. Nein Schatten ist egal. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Ja. Nein. 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 Nee. Wir haben gefriert Temperatur. Falls wir das noch nicht haben. Nein. Ja ich hatte kurz. Nein ich nicht. Ich hatte kurz kalten Atem. Nein. Ja wir haben die ganze Zeit hier drauf. Nein. Ja troll. Nein. Ja. Ja. Einmal... Ja. ja, das war ein Geist-Event jetzt ist die Frage, hat er den Raum gewechselt oder nicht? nein, die Terminator bleibt gleich aber er macht gerade hier nichts hat einer von euch die Geisterbox in der Tasche? doch, es ist Gefriertemperatur, oder? hä, nein, Gefriertemperatur ist unter 0, wir haben 0 ich provoziere den gleich mal, kriege ich das EMF die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So richtig schön. Ich meine ja nicht dich. Ich meine meinen Pokémon. Nein. Nein. Potus kannst du nicht mit ihm kommunizieren. Schade, dass das nicht mit dem Reja-Bot geht. Der ist auf einmal vor mir aufgeploppt. Ich habe meine Schnauze nicht halten können. Willkommen zurück. Es sind einige Jobs bereit für dich. Ein Phantom. Es war ein Phantom? Der ist doch durch die Geister gelatscht. Oder haben die jetzt die Geister geändert? Nein. Alle bis auf einen Geist. Glaube ich nur. Läuft nicht dadurch. Ja. Bei mir war das krass. Ich habe dich gerade gesehen mit dir. Ich war ja hinter dir. Ich habe dich nicht gesehen. Wir waren schon im Truck, wo du gestorben bist. Ja, das ist ein Truck. Ja, das darfst du nicht machen. Ich hätte die Schnauze halten sollen, als er vor mir stand. Der hat mich nicht gekriegt. Ich habe einfach nur gesagt, du kriegst mich niemals. Auf einmal dreht er sich um. Der hat in der Axt. Ich habe überhaupt irgendetwas. Hallo, wenn wir doch da sind. Kommt jetzt irgendwas an Ausrüstung hinzu? Machen wir weiter? Ja. Ich füge nochmal kurz ein bisschen Ausrüstung hinzu. Brauchst du doch gar nicht. Aber du bist jetzt noch ein bisschen. Okay. Aber nur, wenn du Bock hast. Ich dachte, ich sterbe eigentlich als erstes. Ja, habe ich Zufall. Okay. Okay, auf alle. Ja. Ja. Ich schreibe mit meinem Pokémon. Oh nein, ich hasse dich. Ich sterbe immer als erstes. Wenn wir Pech haben, kann das passieren, ja. Feedback wollen wir selbst opfern. Hier ist ein Ritual. Wie wollen wir das machen ohne Feuerzeug? Wer auch immer da gerade unten ist, da ist der Stromkasten. Mach den mal an. Jo, bin einfach nur blind gerade. Ja, auf der anderen Seite. Jetzt ist er auf deiner Seite. Dreh dich um. Ja, jetzt guckst du ihn fast an. Na, jetzt hast du ihn im Rücken. Jetzt guckst du ihn fast an. Jetzt ist er neben dir. Da. Da. Du, Sepp, gewöhn dir mal das Licht anzumachen. Ah. Ist an. Du, Sepp, gewöhn dir mal der. Gut. Ja. Ich habe ihn gefunden. Ja, und der von euch mit der Geisterbox, der darf jetzt ganz fröhlich mit dem Geist reden. Ja, ich bist so, äh, keine Ahnung. Wo ist das so komisch rumflackern hier? Das merke ich. Oh, shit. Ich. Wer hat denn das UV? Er hat gerade die Tür angefasst. Ja. Fingerdrücke, okay. So. Die Geisterbox benutzt null. Das ist einfacher, die zumindest wenn man einen Text anhat. Aber er hat nichts gesagt. Da geht es aufs Gord. Kannst du, äh, ultraviolett ankreuzen? Hat einer von euch die Kamera? Ja, da. Okay. Nee, da steht es doch schon. Ich. Das war's für heute. Ich habe es so richtig kacke hingestellt. Das ist so ein bisschen schräger. Das ist so Hälfte, Hälfte. Ich gehe noch mal rein. Ich nehme das Salz mit. Und ein Kohlensieb fix. Und ein Kohlensieb fix. Ich bin geplatzt. Ja, ich musste mich beeilen. Entweder platziere ich jetzt die... Gesundheit. Entweder platziere ich jetzt die Kamera richtig oder ich verrecke. Feedback, ist er wenigstens durch Salz geladen? Ja, natürlich ist er. Was ist denn... Was ist denn mit der Kamera passiert, Mann? Nein. Die Kamera ist doch richtig, oder nicht? Ja, die habe ich jetzt gerade wieder platziert. Okay, wir können das Geisterbuch auch anstreichen. Ankreuzen. Wie so ein Poltergeist. Poltergeist. Ja, die Geisterbuch, das kannst du durchstreichen. Was sagtest du? Orb. Also Geisterbuch. Und... Die Geisterbox, das kannst du durchstreichen. Das sollst du ankreuzen. Oh, nee, das ist eine Haste. Das ist eine Haste. Ja. Aber da der Dämon noch nicht gejagt hat, ist es glaube ich ein Mailing. Ich lasse dich mal in dem Glauben, dass er schon gejagt hat. Das ist eine Haste. Wenn es ein Orb ist, kannst du aber... Dann muss die Geist... Hä? Dann kann... Das kann gar nichts sein. Da ist kein Orb. Das kann gar nichts sein. Ich gehe noch mal kurz rein, um zu 100% sicher zu gehen, ob das Gefriertemperatur ist. Weil ich habe die ganze Zeit einen eisigen Hauch gesehen. Das ist nämlich auch ein Beweis dazu. Orb habe ich ja schon gesehen. Und... Was war das? Ich habe aber einen Orb gesehen. Oder bist du das hier? Geh mal weg von dem Ding hier. Ist es kein Orb? Da ist kein Orb. Hast du gesehen, es wird das Leuchten sein, weil einer in seinem Bildschirm geleuchtet hat? Ja, dann habe ich mich dadurch wahrscheinlich getäuscht. Einer von euch muss halt gucken, ob Gefrierttemperatur ist. Ich komme da nicht mehr rein. Ich komme da nicht mehr rein. Ja, ich... Wie gesagt... Ach... Ich wollte sowieso noch mal gucken. Ich wollte das mal wissen, ob ich hier rauskriege. Einer von euch geht am besten mal Richtung Tür, falls ich gehuntet werde oder so. Dass ich euch das so noch mitteilen kann. Gefrier, Gefrier. Ist es unter 0 oder auf 0? Kalter Hauch, also Arten halt. Was ich von damals noch weiß, Gefriert, Temperaturkammer. Nee. Pulcifix hat gecarriert. Es ist aber ein Dämon. Er ist... Jupp. Und... Offen! Vielen Dank. Mach's doch besser beim nächsten Mal. So, ich geh mich jetzt opfern. Will ich doch hoffen. Doch. Dann muss ich Ausrüstung erhöhen. Was ist das denn? Meine Grafik ist grad ziemlich beschissen. Mann. Das wird schon selbst aktiviert, wenn er gejagt hätte. Tja, sieht nach Barso. Wenn ich noch mitmachen würde, wäre es ja viel zu einfach. Ich bin jetzt dein Ernst, du Hürensohn. Los, sag nochmal was, du Spasti. Wir müssen das bereit machen. Und ich hör das hin. Ja. 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 Der 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 Auf Einzelperson, na dann wünsche euch viel Spaß, ich will mal kurz was machen. Okay, wir haben's auf Anfänger. Perfekt. Nicht. Was? Wo brauche ich das? Was ist das denn? Wie sollst du schon wieder auf Anfänger? Sepp, hast du Schlüssel? Denn ich gehe jetzt auf die Suche. Ich hasse auf Controller zu spielen. Sebi. Sebi. Lächel. Lächel mal. So. 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 Let's. So. Schrecklich. Schade, dass wir Dima bei der Map nicht dabei haben. Im untersten Flur bei den Toiletten. Ihr seid aber vermutlich auf der anderen Seite der Schule. Er hat mich beobachtet. Hat die Tür einfach eingebrochen. Oh, funktioniert das? Schade. Z. 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 Daumen gefunden Der was? Auch ein Weg Aber jetzt müssen wir erstmal hochkommen Können wir euch bei der Kamera noch nachtblicken... Da ist noch eine Pfotze sind An... 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 Jetzt habe ich mal eine Frage, in welchem Flügel bist du, wenn wir hochgekommen sind, links oder rechts der Weg? Hast du das auch gerade gehört? Dieses Knatschen. Feedback, nicht auf der Arbeit, Ben. Oh, sorry, ich bin eingesetzt. Oh, sorry. Wir sind immer noch am Raum suchen, also wo du den Raum... Ah. Nun. Feedback, du sagtest doch, der antwortet nur auf alleine, ne? Ja. Ja, das ist richtig. Gefrierter Imperatoren. Wenn ich jetzt hochkomme und es ist auf 0,5, dann habe ich ein Gutbetter. Ja. Ja. Ja, aber was denkst du jetzt mir zu schenken? Ne Schachtel Praline. Aber wenn, dann wird der Zucker frei. Jupp. Ich werde dir sogar zwei Schachteln. Oh, er schreibt! Äh, Dotz! Dotz, er ist gerade durchgerannt. Habe ihn gesehen. Der wollte gerade auch nach... Scheißen wir mal hier drauf. Und Feedback! Was denn? Hatte ich. Sind es jetzt nun Gefriertemperaturen? Nein. Weil ich sehe die ganze Zeit mein Atem. Für Gefriertemperatur muss es unter 0 sein. Solang es auf 0 ist, ist es keine Gefriertemperatur. So, dann müssen wir jetzt, äh, Diogen oder Faye... Dann müssen wir jetzt... Okay, ich trag erstmal Dotz und Buch ein. Ja. F-Gott und Buch einkreuzen oder was? Ja. Ich will nicht, er beschmeißt mich mit Büchern. Habt ihr schon die Box ausprobiert? Feedback, ich hab auch nicht mit dem gesprochen und der beschmeißt mich schon mit Büchern. Ja, passiert halt mit Leuten, die Gefriertemperatur nicht lesen können. Just kidding, just kidding. Ja, ist ja richtig, der Geist voll geht und nur auf Einzelpersonen... Ich... Habt! Komm, wir sind Bücher drüber werfen! Bitte! Alter! Alter, die ist wie ein Hauptsinn da vorne! Der Senni, der lacht nicht aus, kannst du hier... Ihr dürft aber den Geister auf anstreiten. Dann ist es ein Faye. Was nochmal? Der letzte! Ein Faye! Scheiß jetzt! Ich hab ihn auf Savvy gehetzt. Also... Ich garantiere jetzt für nichts. Ich glaub, der geht ihn gleich. Ich hab ihn nicht. Cool, man kommt da raus. Cool, man kommt da raus. Ansonsten zucke ich ohne euch ab. Kannst du nicht! Bist du das Risiko ein? Bäh! Dacht ich mir! Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Ich hätte ein Crucifix mitnehmen sollen! Ja, ja, C... Echt jetzt? Nein tut er nicht, sonst könnte man nicht funken. Doch man kann im Jagen funken. Nee, das wird gestört durch den Hand. Wenn man funkt und der Hand fängt an, dann wird es gestört, ja, aber wenn man da wieder anfängt. Aber nee, ich hab euch wohl nicht getroffen. Ich würde ja nicht mehr selbst beschrecken im Jagen. Ich hab das Gefühl, wir laufen gerade in seine Arme. Ich hab die Ferien angesprochen. Finde ich richtig schön, dass das erste, was Seb macht, ist den Knopf drücken. So ganz kurz Autismus-Kick gehabt. Musst du unbedingt den Knopf drücken. Habt ihr denn Lust auf den... Auf den Knast? Nein, ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Nein, 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 bitte nicht. Seb, der achtet mittlerweile drauf, wenn ich die Seife fallen lasse. Hm. Weil Erdink das nicht wollte. Ich hab... Auf den Knopf drücken. oh geil du warst gar nicht über uns bemutzt wo der geisterraum ist darfst du als kruzifix platzieren damit wir einmal vor einem hand gerettet werden ich schmeiß es dem geist eher ins gesicht beim nächsten mal sag ich einfach unrecht mal gucken war das drauf ja no shit ja no shit schon du könntest drachen leute geht herzen guck mal so macht man zu auf wer von euch mag den stromkasten suchen alle es ist aber egal weil ich hab den raum gefunden ja das kannst du hier platzieren oh so ein geiler stofftier oh so ein geiler stofftier schuhe wollt ihr mich verarschen und ich suche ihr wie ein bekämpft reden komm mal hoch ich weiß ich gucke ja auch mal hoch Hallo Schnuckilchen, willst du mit mir reden? Oder bist du seine, die... Wir haben das jetzt hier gekauft, dass wir es nicht anmachen dürfen. Kannst du mal mal von der den Namen durchfunken? Harold Roswell. Harold. Also, du kannst J drücken und dann steht das. J, Überblick. Okay. Sei doch nicht so schüchtern. Sprich mit mir. Wir beißen auch nicht. Sprich mit mir oder du bist ein Fortnite-Kiddy. J, laborativ. Musik. Musik. Wisst ihr? Musik. Nein, hat er nicht. Der fängt aber bald wahrscheinlich an. Das war ein kurzes Event. Mehr nicht. Das war kein Event. Komm. Scheiße, ich kann kein Foto machen. So, einmal lächeln, Seth. Oh, oh. So, ich kann kein Foto machen. 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 Die liegt hier. Kommt Feedback, die spricht, glaube ich, ein bisschen mehr mit dir. Ich finde sie nicht mal. Hier. Hier liegt. Wir haben aber gefriert sein Brat. Hier liegt. Hier liegt. Hier liegt. Hier liegt. Geisterorb. Da, guck mal, das ist so ein kleiner grauer Punkt, der da rumfliegt. Ziemlich links. Überm Fenster. Also, ja. Vor dem Fenster, das ist der Orb. Dein Frauepunkt. Okay. Es ist ein... Weil er es ausgemacht hat. Oder ist er? Oder ist er. So, wer von euch heißt Bob, den Stromkasten? Wer hat ein echtes scheiße Faulicht? Dann gib mir her Falls irgendeiner von euch stirbt, mache ich Foto Und dann habt ihr versichert Seid ihr versichert, kriegt ein bisschen Kohle Fingerabdrücke Das ist ein Handschuh Ja, wenn du angeschrieben wirst, wenn du das Ding anhast, dann weißt du, dass es ein Bungie ist Und ein Banshee Und wenn nicht, dann ist es kein Banshee Mal gucken, ob das zertretende Salz, was ich fotografiert habe, wirklich was bringt Ja, Geld Was macht ihr da? Was reicht jetzt wirklich? Was? 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 Was Sch extreme Oh Da Oh, ich bin nicht so tief. So, dann machen wir dies, dann machen wir das. So, dann machen wir das. Äh, ich glaube schon, ja. So, dann machen wir das. Ich glaube, der ist in der Garage. Also, der Stromkasten, ja gesagt. Ich hab ihn schon angemacht. Ja. 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 Ich bin zu er reagiert auf einzelpersonen du musst mit dem geist reden ja ich verstehe schon falls ich dabei drauf gehen sollte will ich dass du meine asche über planet vegeta versträuchst ja ich habe es doch schon in der hand ja den kannst du ruhig postieren es ist einfach nur f gedruckt halten dieses ich aber auch nicht ich bin etwas ganz ich Das war's für heute. schluss mit ich suche mal den nein wie wäre es wenn du einzeln rumrennst dass der geist bei dir was machen kann wie zum beispiel eine tür bewegen sepp sie hat fünf kinder lauf so Das war's. Bebeee! Pippi, ich komme. Hi mein Schnugelchen. Boah, die will mich. Warum kriegt Sepp nur die Besten ab? Wir wissen, wenn du kurz weggehen würdest, dass ich die Box benutzen kann. Ja, ich bin doch schon oben, Walter. Ich gucke gerade nach EMF. Ich wünsche, ich würde dich mal... Wer versteckt hier seine Pornosammlungen? Okay, wir waren heran. Oh mein Gott. EMF. Nichts. Warum habe ich einen kaltem Atem? Da ist der Gast. Ah. Damals hieß es auch, gefriertemperatur zu kaltem Atem. Okay. Okay, okay, wir können reden, wir können reden, wir können reden. Ich war gerade vier. Komm, 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 komm. Es war gerade auf vier. Es war gerade EMF vier. Scheiße, Femme. Vielleicht meine Femme gelungen. Ich bin's nicht. Das ist der Buch, das ist der Ort vom Platz. Gar keine. So, sind wir dann bereit abzufahren? Ich will den Elman noch für den One Night Stand. Was? Ob wir bereit sind abzufahren? Ich habe gesagt, ich weiß welcher Geist es ist. Das sage ich Leuten, die mit Family und Tron leider nicht. Außer du entschuldigst dich und sagst, dass du es nie wieder machst. Okay, es ist Dodds Geisterhaupt und Geisterbuch. Das ist Natalje. Natalje, genau. Oh. 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 Oh, oder? Oh. ein Könntest du bitte aufhören schreien um das Tor aufzumachen? Ich bin deprimiert Ja, du hast Ich hab die Map gelesen Wir haben die zweite Schwester Map HB ist einer von euch das zweite Thermometer mitgenommen Das auf der eine andere Person den Raum besser finden kann HB ist einer von euch das zweite Thermometer mitgenommen Verschlinderst du da rum Perfekt Yolo, jetzt bleiben wir eingebuchtet Reagiert auf Einzelperson, ne? Just saying Wer chillt eigentlich noch an der Tür? tie 5 6 Das war's für heute. 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 Ich bin am verzweifeln. Das war's für heute. 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 Ich hab's. Das war's für heute. Das war's für heute. So, du drückst. Ich hab's. 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 Hehehehe Not 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 working Oh Hehehe Not not working Not working Hm Alright, we're here Let's see We're here Whoever was here There must have summoned the ghost with a cursed object Investigate it But be careful He doesn't know what he's capable of It's so difficult It's so hard to find It's so hard to find I got to find I got to find Sepp, make you do it Yeah You go to the trucks You go to the trucks And search on the map Yes Is that not every map Or why so? Ja. Das ist nicht der Truck. Das hat sie mitspielen können. Keine Ahnung ... 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 Wenn ich zu der Truck sage und du gehst zum Dachboden, ist das sehr seltsam von dir. Hey, der Stromkasse funktioniert wieder. Ich mag ihn auch eigentlich nicht, aber das Spiel ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ich mag ihn auch nicht. Ich mag ihn auch nicht. Ich mag ihn auch nicht. ob du den gastraum schon gefunden sorry ich telefoniere gerade mit einer freundin die will was von mir die nervt ganz schön so geschenk holen herzlichen glückwunsch du hast irgendwas angenommen ich bin erlöst jetzt kann ich endlich wieder hinter ist guck mal so viel spaß dabei war nur ein joke eventuell komm ich gleich call oder so ja ja wahrscheinlich gut viel spaß noch ich merfe ja nicht weiter alles gut ich habe sie erst gefragt ich habe die kamera ja dann kannst du sie mir bitte geben komment zur verfügung wie platziert man denn die kamera mit welcher taste ja dann kommen wir her platzieren ja du dich doch mal ich zeig dir wie es geht kannst du hier nicht platzieren doch ich zeig dir wo ist der geisterraum ich werde jetzt voll rein sprinten da ist die kamera ihr müsstest nicht mehr lotsen ich habe die jetzt gerade dabei ist er ja ok auch dieses komische dinge ja das brauchen wir immer sind und deswegen gebe ich dir keine sachen die du platzieren musst du kannst sie doch er geht ja wieder auf einzelne mehrere auf einzelpersonen so ich guck dann mal nach ob ich oben bleiben oder oder mitkommen ist mir egal kommen wir gehen mit nein wir bleiben hier meine ich diesmal bin ich mir auch sicher haben wir sonst auch irgendwelche beweise ich glaube die nächste runde lassen wir einfach mal selbst führen das wäre ich dafür das wird Affen mega geil lustig das sage ich heute totaler absturz das wäre ich 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 weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Hast du Angst? Nö. Jo. Okay. Na guys, kommt dann boxen wir den her? Brauchst du nicht, damit wir alleine rennen? Ja, okay, komm. Aber ohne Licht. Jetzt machst du ernsthaft das Licht an? Äh, ich bin eins geworden mit der... Sepp! Hilfe! Ich fusioniere mit Möbeln! Hilfe! Hilfe! Mit Lampe, toll! Da geh ich hier mal raus, ne? Ich dachte, er geht nur auf Einzelpersonen über Feedback. Was musst du grad sagen? Ben! Hier spielt die Musik. Ja. Ich weiß. Du wirst doch mal ein Beschützer. Du wirst doch mal ein Beschützer. So, ich gritsch mich da jetzt nochmal rein. Ja. Boah. Wie bei Gehosa nicht meine Sanity? jetzt habe ich nicht gehört also ich wäre der erste gestirmen keine sorge bist du bereit mich gleich sterben zu sehen genau von mir wir sind noch nicht fertig jetzt ziehe ich mein oberteil aus ich warte nur darauf dass er anfängt zu jagen und ein von euch bei dem trimmung kriegt weil ich und der geist führen eine beziehung hält sich ziemlich lange hier habe ich noch 22 wenn ich weil keiner von euch sich getraut hat den stromkasten zu suchen was hat das mit trauen zu tun ich versuche ein foto zu machen ok ich hätte jetzt die ganze zeit die mal deine hand und such den stromkasten ihr könntet ja zum truck gehen und danach gucken weil das ist auf der minimap markiert wenn ich gleich sterbe dann musst du mich beschützen ok geht die sanity auch runter wenn man nicht im geisterraum ist frage vom freund also muss man im geisterraum sein damit es runter geht dann gehen wir dann mal wieder hin dann wollen wir da wieder hin ja ich suche gerade den stromkasten bin auf dem weg gleich sehr klik 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 Nee, stirb schön, sagt er. Ja, ja. Sven, wo bist du? Oh, warte. Ich suche dich gerade selbst. Ich habe da gerade irgendwo Lichtflag einbricht. Ich habe gerade einen Stromkasten gefunden. Der ist links in der Treppe. Okay, jetzt muss ich dich nur noch finden. Am Eingang links in der Treppe. Habe ich das gut gemacht? Ich wohne. Hey, Sven. Komm, Ben, wir gehen. Feedback. Sepp, geh doch mal in den Raum und guck mal bitte nach Gefriertemperatur oder dem Buch. Kommst du mit? Kommst du mit? Ben. Also zum Morgen, falls ich jetzt sterbe, ja? Dann musst du mich beschützen. Es ist weg, ihr sepp. Es ist doch gemein. Er wechselt Raum. Er hat doch nichts in den Chess. Da reingeschrieben, ne? Und Tomoya, hattest du Angst? Feedback? Ja. Hast du seine Leiche irgendwo gesehen? Nein. Geht ihr doch. Die Leiche ist hier oben. Neben euch. Hattest du Angst gehabt, Tomoya? Was ist denn Schild? Wollt ihr das Spiel auch? Wie gesagt, kannst du mitspielen. Ihr beiden hattet gerade so glücklich, dass ihr gerade runtergegangen seid. War da hinter euch fast. Soll ich die Chene die ganze Zeit im All können? Ja, wie diese Pound-Säcke. Das würde passen, weil Jura hat, glaube ich, Gefriert-Temperaturen und Dots, aber es war nichts davon. Also kein Dots. Aber ein Orb hat er halt. Das ist immer noch der Geisterraum. Weil der Orb ist noch da. Toll. Wir können ja beide nicht mehr rein. Ja, irgendwie müssen wir es riskieren. Na, wenn du es riskieren willst, bitte schon. Ich kann euch noch Tipps geben, oder? Nein, das bringt nichts. Gleich so rechts neben hier. Ja, kommt. Macht einfach. Okay, Sepp, wenn du neben hier chillst. Soll ich mit euch reden, oder nicht? Ja, Sepp, du bist tot, aber ich höre dich gerade über Discord und... Ja, ich meine ja, ob ich über Discord mit euch reden soll. Eigentlich nicht. Achso, ne dann. Kannst du dir vorstellen, da macht man ein Ding an und dann wird es sofort wieder aus. Kannst du das Termometer hängerschmissen? Ich habe dir beides vor die Füße gelegt. Na, egal. Jetzt können wir gleich sehen, wie er stirbt. Die Lichter flackern schon. Mach's gut, war schön mit dir. Nee, er kommt, oder? Ja, er ist tot. Räche mich! Räche mich! Guck mal, er wird nicht mitspielen. Feedback ist bei 0%. Was muss man machen? Du musst nur herausfinden, welcher Geist da rumspukt. Bisschen Stift nicht bewegen. Ja. Macht aber auch nichts. Nur jagen. Das ist alles ein Jure. Auch wenn... Ihr hockt vermutlich trotzdem auf mir. Selbst wenn ihr tot seid, könnt ihr einen Tipp abgeben, ne? Und kriegt Geld dafür. Und wie? Ein Todsengel hat mir nichts gebracht. Ja was, wie? Wie sonst auch? Welche Tipps haben wir bis jetzt? Nur ganz dauernd, ne? Ja, du kannst doch aber trotzdem raten, versuchen zu raten, welche das ist. Aber da haben wir ja so viel Ausfall. Benji, Revenant, Yurai, Hantu, Onryo, Obaka, Tai, Raiju, Yookaim. Wo hatten wir sonst wirklich gar nicht? Dieser Wichser. Oh mein Gott, er ist so ein Gott, ne? Wieso? Er hat die Kamera umgeschmissen, genau so, dass ich was sehen konnte und ich hab das gesehen. Danke, jetzt hab ich nichts angekreuzt, so Esel. Ich hätte es da hingucken können. Revenant... Ja, dann kauf es dir doch. Das kostet nur 10 Euro, Jumoiya. Guter Revenant, by the way. Revenant, by the way. Das, das, äh, wollte ich danach ankreuzen. Also, jetzt übernimm ich die Führung, habt ihr gesagt, ne? Jetzt übernimmst du die Führung, das heißt, du darfst die Map auswählen. Ja, wie? Du sagst mir, welche Map du haben möchtest. Das ist mir scheißegal. Dann machen wir random. Feedback. Welcher Schwierigkeitsgrad? Ja, nur Quadro-Schritten passt. Also, ihr müsst jetzt... Passt? Ja, ja. Also, das... Okay. Müsst ihr jetzt genau das machen, wenn... Was ich sage, ja? Außer, es bringt uns um. Dann hauen wir halt einfach ab, ne? Ja. Irgendeiner ist nicht auf... äh, bereit. Revenant! Was, Tomoya, hol dir das Spiel. 14 Euro hast du doch noch bestimmt. Wir haben die schwerste Map in-Game bekommen. Und Sepp, da fühlen, das wird so großartig. Ich könnte kotzen. Und gut. Warum, Sepp? Oh, fuck. Ei, ei, ei. Oh, leckt mich. Ich will das nicht. Oh, Diga. Ich will das nicht. Dann bin ich mal gespannt. So, wir beide nehmen uns jetzt noch nichts. Sondern Sepp sagt uns, was wir nehmen sollen. Ich sag das? Ja. Okay, fertig. Und Ben, ihr dürft euch keine Taschenlampe nehmen. Ihr nehmt euch jetzt den Foto-Operat, das Salz und dieses Hörgerät ein. Alles drei Items, die uns nichts bringen. Finde ich gut. Alter, Sepp. Ja? Guck dir mal die Map an. Ich hab doch die Map schon gesehen. 69 Räume. Es gibt... Räume. Okay. Feedback. Ich würde sagen, rein da. Alter, was ist das hier? Was ist das hier? Sepp, das ist eine Irrenanstalt. Eigentlich kommst du doch von hier, oder nicht? Hehehehe. Sag das doch nicht. Hier ist doch schon der Raum. Der Atem ist jam. Der Atem ist jam. Dann ist das hier wohl der Raum. Dann haben wir den schon gefunden. Dann müssen wir nichts mehr machen. Ja. Dann Ben... Was war das denn? Wenn du tust jetzt hier, das Zeit verstreuen überall. Ich hab Spaß an der Klingel. So, Feedback. Du tust hier Fotos von... Die Kamera bitte auf den Tisch legen. Damit ihr den Raum verstreut. Jetzt müsstest du bitte einmal den Stromkasten suchen. Das ist geil. Wie soll ich denn das machen? Ohne Taschenlampe. Ich seh ihn ja nicht mal. So, dann darfst du dir die Taschenlampe holen. Du darfst natürlich keine Taschenlampe holen. Keine Taschenlampe. Ich meine, ich hatte zwei Thermometer. Wer hat denn eins mitgehen lassen? Eins hatte ich doch. Das liegt doch hier. Ja, aber ich hab zwei. Ich hoffe, da geht das. Ich lebe das. So. Vielen Dank. Ben? Hol sie bitte an der Taschenlampe, ich möchte nichts aus der Sch- Gregory Clark, sprich mit mir, du 31er. Du hol dir bitte eine Taschenlampe. Das ist der Schall hier, die haben die Map wenigstens gut gemacht. Das stimmt. Und ihr bitte eine Taschenlampe, ja? Was? Und eine Taschenlampe. Feedback, alles in Ordnung bei dir? Ja, ich höre nur ein wenig. Lass uns jetzt mal beobachten, wo schreckt er denn gerade? Da hinten, du Scheiße. Jetzt fahre ich die Treppen nach oben, ich finde. Da hinten, da hinten, da hinten. Gut, da hinten, da hinten, da hinten. mit spieler hallo feedback falls du so richtig begeben willst geist heißt gregory clark ne will ich nicht hallo geist kannst du reden arschloch gregory clark gregory clark gregory clark hörst du mich ob zu vögeln gregory bitte dring mich um feedback ich hab wieder am back und kann dich nicht hören hallo also geisterbuch alt feedback ich geh auf die suche nach dir aber warum wer von euch hat eigentlich die kamera mit benimmt ich sag dazu jetzt einfach mal nichts ich sag dazu nichts wenn du die kamera hast dann platziert die mal bitte auf dem das ist ein scherz das muss ein scherz sein scherz die kann ich dann dahinten begeistert auf jeden fall aktiv Das ist ein schönes Archiv, das ist dabei. Was gibt das denn da los? So, mich darf jetzt keiner hier hören. Der Geist ist da. Der Geist ist da. Ja, aber der ist doch komisch, der macht ja nichts, der Pisser. Und wo ist die scheiß Kamera? Wo ist die Klassik Kamera? Ach da. Gregory. Ich will Stern. Komm und hol mich. Wo soll ich am besten die Kamera platzieren? Geil. 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 Partiii! Wie kommt ihr voran in eurem Geisterraum? Feedback, du kannst mich nicht mit ihm allein lassen. Aber warum machst du mich? Dann ersetzen wir schon wieder in die Hose. Also bis jetzt macht der Geist echt Gorn nichts. So, ich hab den Strom angemacht, was soll ich jetzt machen? Jetzt müssen wir gucken auf den Apparat vom LKW, ob man da irgendwas sieht. Ja, wenn er sich auf dem Tisch setzt, werden wir das sehen. Ist das gut? Klar, kann sich auf dem Tisch setzen, wenn er noch Bock hat. Baby, ich brauch ne Anweisung. Du gehst rein, auf jeden Fall. Okay. Okay. Jetzt die verkehrt herum. Oh, ist der Sand. Passiert man aber nicht mehr, oder? Ach was. Was? Hör nicht auf. Ja, hör nicht auf. Ja. Wo sollen wir am besten die Kamera positionieren? So. 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 Wie der Fallschirm macht. Nein! Vielleicht hat der ein ganzes Jahr Hunger und möchte irgendwas bestellen, oder so. Keine Ahnung. Kann es sein, dass wir den einfach nur damit abfacken? Ja doch, mach was schönes. das nun besser dann musst du die kamera anmachen ist sie an ist sie das ich weiß nicht sieht das so aus wie du sie platziert hast es ist immer die letzte zahl also kamera 9 von 9 in der unteren linken und das ist und das ist für die einzige kamera mit nacht sich gerät würde ich sagen und dass diese position in ordnung ich bin nicht der anfühler du musst es wissen ok dann ist er in ordnung gut wenn wir vor der kamera und wie heißt eigentlich dieses item wo man den geist direkt raus lockt die spielbox wo ist die ist unterschiedlich ist auch unterschiedlich ob es dieses eine item ist oder nicht wenn tumore sich das spielt gleich aufkaufen sollte dann hätten wir viel spieler ja reicht das jetzt er antwortet als katli ich weiß nicht bei weiter sepp sepp hörst du das eigentlich wenn ich die werfe hörst du das achst du in der hand achst du in der hand ja sepp noch mal dir ihm 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Komm Tomoya, hol dir das Spiel. Habe ich die jetzt besser positioniert? Ich bin nicht der Handführer. Du musst die perfekt positionieren. Das muss für dich perfekt sein. Okay. Was sagst du, Ben? Ist sie gut? Was sagst du, Ben? Ist sie gut? So, ich hole jetzt meine Glocke. Ich beschwöre dich. So, jetzt habe ich meine geile Glocke. So, jetzt habe ich meine Glocke. So, jetzt habe ich meine Glocke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich gehe wieder ein und damit was so was soll sollen wir mitkommen ja wie platziere ich jetzt diese zeit benutzen wie die taschenlampe geht aber nicht bei den soll muss es auch in der hand haben habe ich doch aber warum ist die satzplätzchen der hatte schon fußabdruck hinterlassen und das ist vermutlich leer sein wer hat noch nicht reingeschrieben und die temperatur ist auch aber es ist ja auch keine arte mehr zu meiner verteidigung das internet hat mich rausgeschmissen oder was oder kann das sein dass er den raum gewechselt hat kann sein hier geht es nicht runter dort gibt es auch nichts dabei schon drin sieht schön aus ich glaube es geht es gleich nicht mehr gut jagt er gerade oder was nein dann würden ja die taschenlampe flackern würdest du hier dringendlich gerne wohnen nein er ist aber größer als dein zimmer oder gibt es zu das ist richtig ja jetzt vielleicht noch bock auf ein bisschen omegle mit uns mal pico vielleicht auch mal ein bisschen mehr spaß wieder ja wenn wir einen guest finden mache ich omegle mit euch ok wir werden wir nicht finden wir sollen ich willst du eine waschmaschine anmachen aber wenn wir einen geist finden dann muss er muss er auch richtig sein dann machen wir omegle ja du wirst du wirst ja wohl mal deine eine runde phasmophobia gewinnen oder ich weiß ja nicht mal wo wir sind wir sind im seitenkorridor und wir kommen wieder zurück indem wir den weg zurücklaufen glaube ich oh das wäre ne idee internet hasst mich aber du kannst ja gleich wieder einsteigen was machen wir wenn der jetzt jagen sollte dann haben wir pech gehabt gehen wir dann trotzdem omegle na weil wir tot sind haben wir den gestern nicht erraten können warum liegt hier farbe weiß ich nicht ist das blut die wahrscheinlich sehr groß dass es blut ist ja von wem vermutlich von ben weil er gestorben ist ja ne kürz mit seinem internet das war ich ja siehst du schreibt in den chat und jetzt woher kamen wir rechts links wie wärs damit da wo das projektor ist er hat nichts reingeschrieben er hat noch nichts ja das ist kacke muss machen ich tue es aber zu er hat sogar zwischendurch gejagt hat er echt gejagt ja er hat uns ja nicht gefunden wenn ich mein geist weiß wo er ist also wir haben bis jetzt noch keinerlei beweise ja und keine gefriertemperatur können wir also durchstreichen wenn du das sagst ja können wir durchstreichen können wir das durch dann streichen wir das durch so der dots projektor der bringt da auch nichts richtig na wenn er bisher nicht reingelaufen ist können wir den durchstreichen gut gut hab ich mf war auch nicht level 5 hab ich nicht gemessen ich aber war es 5 nein nicht 5 hab ich gesagt dann können wir das wohl auch durchstreichen so ultraviolett also geisterbuch hat er auch nicht reingeschrieben sagen wir über geisterbuch durchstreichen ich sag es war ein mehr marre ein mehr eine marre ok wieso nur so nur so ok willkommen zurück ich habe einige Arbeit bereit für dich ich habe mich nicht so viel Lust auf Ohmegler ich habe mich nicht so viel Lust auf Ohmegler genau und wenn dann kannst du es ja auch nicht streamen ne weil ich habe mich nicht so viel Lust auf Ohmegler ich habe mich nicht so viel Lust auf dem auch bei 9 kommen noch nicht schweiz sag mir sep ist eigentlich aufgefallen dass es im ganzen Haus der Atem war im ganzen Haus hast du mal aus dem wettbewerb prämium hätte ich ja lange suchen können ist aber auch gemein ich habe du hast ja keine genannte habe ich schon möchtest du noch mal ich habe eine kleine ja und welche ich da meinen pillemann ich suche gar nichts aus du sagst mir welche mit wenn das noch da er redet nicht mehr mit uns doch was ist da man holt jetzt auch das spiel ich hätte gerne dass die willow street bestimmter fortgeschritten wieder oder apokalypse 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 das kannst du machen wenn du es möchtest ja und ich schicke dich rein nächste runde nächste runde musst du ja entscheiden wer was wo macht ist das in ordnung für dich feedback ist mir egal ich bin bereit ja ja tschö doch mal ach du scheiß drauf ach ich muss ja sie entscheiden und pika wie war ich gut ich sag mal so ist war nicht in worte zu fassen warum nimmst du einfach ein item ich wollte schon sagen das war nur eine optische täusung ok so was darf ich jetzt alles mitnehmen und ich werde wieder angerufen das ist jetzt egal es gibt nicht zu jung sondern nur zu eng oh ja das ist geil also lieber feedback hörst du mir zu los sag nochmal was du spasti also nimmst du bitte eine taschenlampe kamera den projektor dankeschön wenn ja nimmst du das bitte die kamera dann dieses ultraviolett ding müssen den brot zu schieben und dieses thermometer ok jetzt gehen wir rein so als aller erstes sucht feedback den stromkasten das ist immer so einer aufkabler kann das am besten habe ich schon gefunden jetzt ist meine rache gekommen ich töte dich mit diesem puttergeister komme also wie kann man jetzt am besten so wir haben ja jetzt hier sowieso schnee draußen richtig mhm das heißt also wir haben überall diesen hässlichen atem mhm wie kann man dann noch äh rausbekommen wo dieser pisse geist ist ja immer noch mit dem thermometer also du hast das thermometer ne wenn du hast das thermometer ne ja dann musstest du bitte einmal durch die räume schlunkern und gucken wo dieser blöde geisterraum ist ja ok du hast ja gar nicht geputzt halt die fresse verbunden was denn ein geist geist boah du den gefunden hast du den gefunden hast nein ich schnüffe ihn ja schon geil egal oh hehehehehehe nicht die säge mit ja 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 aber feratu okay ich bitte dich das das andere thermometer zu nehmen und oben nach zu gucken nach dem geisterraum Was sollte ich noch mal mit dem violetten Ding machen? Ach stimmt ja. Es gibt nur eins. Okay, dann kommen wir uns bitte hinterher. Oh ne! Ist das Thermometer kaputt? Das bleibt konstant die ganze Zeit bei 10. Frag Feedback. Hm? Hatte ich gerade was gefragt? Mich? Ja. Was, was denn? Er hat dich gefragt, warum das Thermometer konstant bei 10 bleibt. Weil es in dem Haus vermutlich konstante 10 Grad gibt. Ja, aber im Geisterraum. Wo ist dieser Geisterraum? Wo ist dieser Geisterraum? Ja auch. Göttere mich mit schwarzen Stein. Weck. Wachsen wird das Feuer rein. eingeschneit das höllenhaus erwärmen wird von innen heraus warten schlipper du sehr auch nicht niedrigere temperatur es ist gefriert temperatur hast du gehört ja dann ist hier der geist er kommt raus zum spielen ist er auch damit mit schwarzen steinen wachsen wird das feuer da was ist das richtig feedback was ist richtig das ist hier die temperatur niedrig ist dann wird das so sein das ok so mit dem buch das muss ich hab's ja nicht hingelegt das wird aber runtergefahren wird gibt mir anweisungen steckt der vibrator weg ich höre die ganze zeit so kinder lachen hat jetzt jemand das buch es ist irgendwie weg hättest du es mal platziert hab ich doch und und nicht hingeworfen ich bin ich bin ich bin Wo ist dieses beschissene Buch? Hast du das Buch? Hi. Ich bin dran. Bereit? Ja. Oh, das war ein Tor. Die gute Geisterjagd. Wenn er jetzt um die Ecke kommt, schmeiß ich dem Geister so in die Fresse. Du bist dran. Erwerf! Ja, wieso wirst du nicht? Ja. Ich fühle mich so nutzlos. Wenn er ist tot. Lebt man noch? Nein, ich glaube nicht. Dann steckt noch Geisterschenken. Prima. Komm auch. Der jagt wieder. Ja. Ja. Schade. Oh ja, okay. Ich bin ja auch bei 3%, ne? Also ich kann jetzt leider nicht mehr viel machen. Nee. Kacke. Aber ich jage auch gleich den Knackarsch. Soll ich rein? Mach doch. Aber dann musst du auch mit. Los, sag nochmal was du spasti. Geh vor. Geh vor. Geh vor. Geh vor. Geh vor. Dicke, wie lange jagt der? Das war die Tür schon längst offen. Das ist eine große Laugh-Taus. Oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020